Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir die neue FRITZ!Box 6690 Cable aufschrauben und ihr Innenleben inspizieren. Von außen haben wir die Anschlüsse der 6690 ja schon in diesem Unboxing-Video vom 19. Januar 2022 besprochen. Hier nochmal ganz kurz die wichtigsten Fakten. Der UVP 319 Euro. Dafür gibt es ein starkes Kabel-Internet-Modem mit offiziell bis zu 6000 Megabit im Download und 2000 Megabit im Upload. Diese Power kommt natürlich nur, sofern ein Kabel-Internet-Provider diesen Speed auch wirklich anliefert. Drei Buchsen für analoge Telefone, Faxgeräte, Anrufbeantworter oder Türöffner. ISDN ist nicht mehr an Bord. Aber eine DECT-Basis-Station für maximal sechs DECT-Handtelefone plus etliche DECT-Smart-Home-Geräte. Vier LAN-Ports, davon einer mit 2500 Megabit. Zwei USB-3-Buchsen für externe Festplatte, Speicherstick oder 4G LTE-Stick. Und vor allen Dingen sehr schnelles WiFi 6 bis 1200 Megabit im 2,4 GHz Band plus 4800 Megabit im 5 GHz Band. In Summe also 6000 Megabit über die Luft. Brutto natürlich, denn netto bleibt bei WLAN immer weniger. Kurzer Hinweis. Bitte das Aufschrauben der Fritzbox nicht nachahmen. Die Fritzbox hat fünf Jahre Garantie. Mit dem Zerlegen des Gerätes könnte die Herstellergarantie erlöschen. Außerdem ist das Hantieren mit stromführenden Teilen lebensgefährlich. Und schließlich kann auch elektrische Aufladung an den Händen die Elektronik zerstören. So viel vorab. Jetzt ein kurzer Überblick zum Innenleben für ganz Eilige. Rechtsaußen am gelben Pfeil sitzt eine hellbeige TAE-Buchse für analoge Endgeräte. Gleich daneben sitzen zwei schwarze RJ11-Buchsen, ebenfalls für analoge Geräte. Gleich in der Nähe zur analogen Telefonie stecken zwei DECT-Antennen auf der Platine für maximal sechs verbundene DECT-Telefone plus maximal 52 verbundene DECT-Smart-Home-Geräte. Rechts mittig im Bild sitzen zwei silberne USB-3-Buchsen. Daneben vier gelbe LAN-Ethernet-Buchsen. Und ganz unten, hinten, an der 6690, im Bild also rechts oben am gelben Pfeil, eine schwarze Strom-Eingangs-Buchse. An diesem gelben Pfeil sitzt eine CPU von Intel alias Maxx-Linear. Bei diesem Foto waren Schutzbleche und Kühlkörper schon abmontiert, damit man die Chips besser sieht. Direkt neben der CPU vier Nanya-Speicherbausteine an den vier gelben Pfeilen. Und hier zwei schwarz verhüllte WLAN-Prozessoren. Rechts für das langsamere 2,4 GHz-Band und links für das schnellere 5 GHz-Frequenzband. Dazu passend in kurzer Entfernung acht WLAN-Antennen. Davon zwei ganz links, direkt auf der Hauptplatine, sowie sechs auf dem grünen Antennengestell. Die langen Antennen funken bei 2,4 GHz. Die kürzeren Antennen agieren im 5 GHz-Bereich. Das war jetzt mal der Überblick, für Leute mit ganz wenig Zeit. Nun schauen wir etwas tiefer in die Hardware-Details und starten mit dem WLAN. Wir suchen also vier Antennen für 4x300 ist gleich 1200 Megabit im 2,4 GHz-Band. Plus nochmal vier Antennen für 4x1200 ist gleich 4800 Megabit im 5 GHz-Bereich. Die WLAN-Antennen sitzen ganz oben im Dach der Fritzbox 6690. Da wir die Box nach rechts gekippt haben, sieht man die Antennen in diesem Bild rechts außen. Hier der grüne Antennenbügel, mal vom Fuß der Box her aufgenommen. In diesem grünen Antennenbügel finden wir schon mal sechs WLAN-Antennen, und zwar drei lange für 2,4 GHz, plus drei kurze für 5 GHz. Der komplette Antennenträger lässt sich aus dem Fritzbox-Gehäuse nach oben herausheben. Der gleiche grüne Antennenbügel von der Innenseite her fotografiert. Je nach Lichteinfall sieht man die sechs Antennen mal besser, mal schlechter. Auf diesem Foto sieht man sie gerade gut, weil ich den Kontrast verstärkt habe. Am gelben Pfeil finden wir den Aufdruck 6590. Ich kann aber nicht beschwören, ob genau dieser gleiche Antennenbügel auch schon in der Fritzbox 6590 verbaut wurde. Die 6590 war ja quasi der Vorvorgänger der aktuellen 6690. Die grauen Kabel führen von der 2,4 GHz Elektronik zu den langen 2,4 GHz Antennen. Die schwarzen Kabel führen von der 5 GHz Elektronik zu den kürzeren 5 GHz Antennen. Die Messingfarbigen Antennen-Stecker haben das IPX-Format. An den zwei gelben Pfeilen kann man die IPX-Gravierung sogar einigermaßen lesen. Und nun zur Frage, wo finden wir die restlichen zwei Antennen? Nun ja, zwei der insgesamt acht Antennen-Kabel enden vor dieser weißen Plastik-Box. Die nehmen wir mal ab und sehen im Bild links eine kurze WLAN-Antenne für 5 GHz, und rechts im Bild eine längere Antenne für 2,4 GHz. Beide Antennen sitzen direkt auf der grünen Hauptplatine. Diese beiden letzten Antennen sitzen um 90 Grad gedreht zu den sechs Antennen im großen Antennenbügel. Vergleichen wir das kurz mit der liegenden Fritzbox 6660. Die hat in Summe für WLAN bloß zwei sehr kleine Dual-Band-Antennen, links vorne, direkt auf der Platine. Im Gegensatz zum IPX-Format bei der stehenden 6690, haben die Antennen-Buchsen bei der liegenden 6660, hier im Bild nur das winzige Murata-Format. Der letzteres ist komplizierter im Handling als das größere IPX-Format. Fazit zu den WLAN-Antennen. Die große 6690 hat ab Werk eine rundum bessere Antennen-Ausstattung als die liegende 6660. Man darf bei der 6690 daher schon ab Werk eine bessere Reichweite erwarten als bei der 6660. Form und Größe der Antennen bestimmen maßgeblich die räumliche Ausbreitung der WLAN-Funkwellen. Falls ihr die Antennen eurer Fritzbox verändern wollt, gibt es unter anderem bei der Firma Frickstender aus Pürbaum bei Nürnberg, passende Antennensets und Werkzeuge für den Umbau. Frickstender hat ein reichhaltiges Antennensortiment für gängige WLAN-Router von AVM und Deutsche Telekom. Wer seinen WLAN-Router nicht selber aufschrauben will, kann auch mal bei der Firma Refbox in Much bei Köln vorbeigoogeln. Die bauen vorhandene Router und Repeater von AVM und von der Deutschen Telekom um und liefern bereits umgebaute WLAN-Stationen fertig aus. Natürlich gibt es noch viele weitere Anbieter von WLAN-Antennen. Einfach mal googeln. Neben dem WLAN-Funk hat die neue 6690 auch eine bewährte Basis-Station für den DECT-Funk verbaut. Über DECT kann man bekanntlich schnurlos telefonieren sowie Smart-Home-Geräte über die Luft steuern. Die DECT-Antennen sitzen hinten oben im Dach der stehenden 6690. Zum Vergleich, bei der liegenden FRITZ!Box 6660 sitzen die DECT-Antennen rechts vorne. Bekanntlich kann die FRITZ!Box 6690 auch noch analoge Telefone, analoge Faxgeräte und analoge Anrufbeantworter versorgen. Dazu hat sie hinten oben eine längliche TAE-Buchse für analoge Telefoniegeräte mit dem guten alten TAE-Bundespost-Stecker. Und direkt daneben zwei schwarze RJ11-Buchsen, ebenfalls für analoge Geräte. Schaut man die gleichen Buchsen im Inneren der 6690 an, dann wird klar, dass sie in direkter Nachbarschaft zu den DECT-Antennen sitzen. Also die ganze Telefonie in dieser Ecke hinten oben konzentriert. Nun der Vergleich zur liegenden 6660. Die hat rechts außen mittig eine TAE-Buchse und rechts hinten eine einzelne RJ11-Buchse. Und hier die Platine der 6660, von unten her gesehen. Vorne im Bild die längliche TAE-Buchse und links außen die schwarze RJ11-Buchse. Kommen wir nun zu den Ethernet LAN-Ports. Die 6690 bietet vier LAN-Ports für dreimal 1000 und einmal 2500 Megabit. Der gelbe Pfeil zeigt auf den 2,5 Gigabit alias 2500 Megabit LAN-Port. Hier ein Blick von oben auf den gelben LAN-Essernet-Block mit den vier einzelnen LAN-Ports drin. Und hier ein Blick auf die dahinter liegende Elektronik. Im Vergleich dazu nun wieder die liegende Fritzbox 6660 vom Februar 2020. Die hat rechts hinten sogar fünf Ethernet LAN-Ports. Also einen mehr sogar als die brandneue High-End 6690. Vom Rücken her betrachtet spendiert die liegende 6660 am linken Port 2500 Megabit und an den vier weiteren Buchsen je 1000 Megabit. Hier hat die liegende 6660 sogar eine bessere Ausstattung als die stehende High-End-Kabelbox 6690. Kommen wir zum Kabel-Modem samt Kabel-TV-Tuner der 6690. Hinten unten sitzt der Kabelanschluss-Stutzen der 6690. Hier ein Blick von oben ins Innere der 6690. Und an dieser Stelle muss ich leider gestehen, dass ich die 6690 nicht komplett zerlegt habe, weil ich zurzeit nur dieses eine Exemplar habe und es vorerst noch für weitere Versuche voll funktionsfähig brauche. Da war mir das Risiko zu groß, dass ich sie nicht mehr komplett zusammen bekomme. Falls also jemand von euch tiefere Erkenntnisse zum verbauten Kabel-Modem zur CPU und zu den WLAN-Chips hat, wäre eine Info in den Kommentaren natürlich supertoll. Und auch hier wieder ein kurzer Vergleich zur liegenden 6660. Dort sitzt das Kabel-Modem unter dem silbernen Schutzblech, links hinten in der 6660. Der silberne Stutzen für das Koaxial-Kabel schaut hinten an der Fritzbox 6660 fast mittig heraus, neben den 5 LAN Ethernet-Ports. Auch bei der 6660 habe ich den Blechkäfig über dem Kabel-Modem für mein Aufschraub-Video nicht abgehebelt. Und zwar, weil die 6660 damals noch meine echte Produktiv-Box war, aus der ich nun fast zwei Jahre lang mein täglich Internet aus einem Vodafone Kabel-1000-Anschluss bezogen habe. Unter dem schwarzen Kühlgerippe vermuten wir die CPU, die Central Processing Unit. Der schwarze Metallblock lässt sich nach dem Lösen der vier Kreuzschrauben relativ leicht abnehmen. Am unteren gelben Pfeil sieht man das weiße Wärme-Light-Pad, das direkt mittig auf der CPU sitzt. Am oberen Pfeil sieht man die Wölbung im Kühlblech, die ganz gezielt auf das kleine Wärme-Light-Pad drückt. Um die Hitze aus der CPU abzuführen. Der Druck der Kühlplatte wird über die vier Federn an den vier Kreuzschrauben dosiert. Hier haben wir auch noch das silberfarbige Schutzblech über der CPU herausgehebelt. Jetzt sieht man links die CPU von Max Linear, vormals Intel, und gleich daneben vier Nanya-Speicherchips. Hier etwas besser herangesoomt. Falls jemand aus den verklausulierten Angaben das genaue CPU-Modell entschlüsseln kann, wäre eine Info in den Kommentaren natürlich super nett. Ich bin da leider nicht so der ultimative Chip-Experte. Auch auf der Website von BotMatrix sind noch überhaupt keine Infos zur CPU der 6690 zu finden. Man sieht auf der CPU der 6690 mit der Lupe jedoch ein winziges MXL-Firmenzeichen. Ein ziemlich klarer Hinweis also, dass die CPU der 6690 von Max Linear aus Kalifornien kommen müsste. Kurzer Vergleich zur liegenden 6660. Die CPU sitzt fast mittig in dieser Fritzbox, unter der großen schwarzen Kühlplatte. Bei meinem kürzlichen Aufschraubvideo war just diese 6660 noch meine produktive Internetbox. Aus diesem Grunde habe ich die Blechkäfige über den Prozessoren vorsichtshalber nicht abgehebelt. Falls die Angaben auf dieser Website stimmen, ist die CPU der 6660 jedoch ein Puma 7 von Intel alias Max Linear. Weitaus detailliertere Angaben zu allen verbauten Chips, also auch zu den WAF 600 WLAN-Chips und zu den DOCSIS Cable-Chips findet man im PDF zum Puma 7 Development Kit von Max Linear aus Carlsbad in Kalifornien. Ich kann hier leider keine Screenshots davon zeigen, weil Max Linear martialische Copyright-Angaben und Confidential-Vermerke darauf stehen hat. Einfach mal selber danach googeln, das PDF steht frei im Internet. Die ganze Elektronik braucht natürlich Strom. Zu diesem Zwecke sitzt hinten ganz unten die schwarze Power-Eingangsbuchse der Fritzbox 6690 Cable. Gleich daneben eine ganze Galerie an Kondensatoren. Auch hier ein kurzer Vergleich zur liegenden 6660. Hier wird der Strom links oben aus dem mitgelieferten Netzteil zugeführt. Und auch bei dieser Fritzbox 6660 sitzen die Kondensatoren gleich hinter dem Stromeingang. Last but not least, die 6690 hat zwei USB-3-Ports. Die sitzen hinten mittig und sind damit gut zugänglich. Beim Blick aufs Innenleben springen mir keine weiteren Erkenntnisse ins Auge. Letzter Vergleich zur liegenden Fritzbox 6660. Die hat tatsächlich nur eine einzige USB 2.0-Buchse. Die sitzt links außen an der 6660. Hier das Innenleben der 6660. Und hier eine Nahaufnahme der USB 2-Buchse der 6660. Fazit. In einigen Bereichen hat die stehende 6690 eine deutlich stärkere Hardware als die liegende 6660. Etwa schnelleres WLAN in Summe bis zu 6000 Megabit Brutto. Mehr WLAN-Antennen, auch mit versetzten Abstrahlwinkeln. Sowie zweimal USB 3 anstatt nur einmal USB 2. Rentiert deshalb ein Umstieg von einer 6660 auf eine 6690? Wenn Geld keine Rolle spielt, natürlich ja. Ansonsten ist aber auch die 6660 eine sehr gute Kabelbox. Ich hatte sie selber knapp zwei Jahre im täglichen Einsatz. Ihr schwächster Punkt ist vielleicht die mittelprächtige WLAN-Reichweite, wenn man eine größere Wohnung oder sogar ein Haus damit versorgen will. Allerdings kann man eine 6660 ja auch mit einem guten Repeater verstärken. Am besten mit einer LAN-Brücke, also im Access-Point-Modus. Das war's für heute. Ich plane noch ein paar weitere Videos zur neuen 6690. Falls ihr den nicht verpassen wollt, am besten meinen Kanal abonnieren und gleich die Glocke rein. Konstruktive Kommentare, Meinungen und Fragen bitte gerne direkt unter das Video. Ich reagiere so schnell es geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal.